Das tägliche Wort Gottes Der allmächtige, wahre Gott, der intronisierte König, regiert das ganze Universum, ist allen Nationen und Völkern zugewandt, und alles unter dem Himmel erstrahlt in Gottes Herrlichkeit. Alles Lebendige im Universum und bis zu den Enden der Erde wird sehen. Die Berge, die Flüsse, die Seen, die Länder, die Ozeane und alle Lebewesen haben im Licht des Antlitzes des wahren Gottes ihre Vorhänge gehoben, und sie werden wiedererweckt, als erwachten sie aus einem Traum, als wären sie Sprossen, die durch die Erde brechen. Ah, der eine wahre Gott erscheint der Welt. Wer wagt es, ihn mit Widerstand zu behandeln? Alle zittern vor Angst, alle sind völlig überzeugt, und alle flehen immer wieder um Vergebung. Alle Menschen fallen vor ihm auf die Knie, und alle Münder beten ihn an. Die Kontinente und Ozeane, die Berge, die Flüsse, alles preist ihn unaufhörlich. Warme Frühlingspriesen, die mit dem Frühling kommen, bringen feinen Frühlingsregen. Die Strömungen der Flüsse fließen mit Kummer und Freude dahin, wie alle Menschen die Tränen der Dankesschuld und Selbstvorwürfe vergießen. Die Flüsse, die Seen, die Brandung und die Wogen, alle singen und loben den heiligen Namen des wahren Gottes. Die lobpreisenden Klänge ertönen so klar. Alte Dinge, einst von Satan verdorben, jedes einzelne davon wird erneuert und verändert werden und in ein vollkommen neues Reich eingehen. Das ist die heilige Posaune, und sie hat begonnen zu erschallen. Lauscht ihrem Klang. Jener Ton, so süß, ist die Kundgebung des Throns, die jeder Nation und jedem Volk verkündet, dass die Zeit gekommen ist, dass das endgültige Ende gekommen ist. Mein Führungsplan ist vollendet. Mein Königreich ist offen auf Erden erschienen. Die weltlichen Königreiche sind zu dem Königreich von mir, der ich Gott bin, geworden. Meine sieben Posaunen erklingen vom Thron her, und welch wunderbare Dinge werden sich ereignen. Menschen an den Enden der Erde werden aus allen Richtungen mit der Macht einer Lawine und der Kraft von Blitzen herbei. Mit Freude betrachte ich mein Volk, das meine Stimme hört und sich aus allen Nationen und Ländern versammelt. Alle Menschen, die den wahren Gott für immer im Munde haben, Lob preisen und springen unaufhörlich vor Freude. Sie legen der Welt Zeugnis ab, und der Klang ihres Zeugnisses für den wahren Gott ist wie das donnernde Tosen vieler Wasser. Alle Menschen werden sich in mein Königreich hineinbringen. Meine sieben Posaunen erklingen, erwecken jene, die schlummern. Steht schnell auf, es ist noch nicht zu spät. Kümmert euch um euer Leben. Öffnet eure Augen und seht, welche Zeit es jetzt ist. Was gilt es zu suchen? Worüber muss nachgedacht werden? Und woran soll man sich klammern? Hast du den Unterschied an Wert, der dazwischen liegt, mein Leben zu erlangen und all das zu erlangen, was du liebst? Und woran du dich klammerst, jemals bedacht? Hör auf, eigensinnig zu sein und herumzutanzen. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen. Diese Zeit wird nicht wiederkommen. Steh sofort auf. Praktiziere, deinen Geist zu üben. Benutze verschiedene Werkzeuge, um jeden Plan und jeden Trick Satans zu durchschauen und zu vereiteln. Und triumphiere über Satan, um deine Lebenserfahrung zu vertiefen und meine Disposition auszuleben, so dass dein Leben reif und erfahren werden und stets meinen Spuren folgen kann. Unverzagt, nicht schwach, immer voranschreitend, Schritt für Schritt, bis ans Ende des Weges. Wenn die sieben Posaunen wieder erklingen, wird es der Ruf zum Gericht sein. Gericht über die Kinder der Rebellion. Gericht über alle Nationen und alle Völker. Und jedes Volk wird sich vor Gott ergeben. Gottes glorreiches Antlitz wird sicher vor allen Nationen und allen Völkern erscheinen. Jeder wird vollkommen überzeugt sein und dem wahren Gott endlos zurufen. Der allmächtige Gott wird glorreicher sein. Und meine Kinder werden an der Herrlichkeit teilhaben. Die Königsherrschaft mit mir teilen. Alle Nationen und alle Völker richten. Das Böse bestrafen. Menschen, die mir gehören, retten und Erbarmen mit ihnen haben und das Königreich stark und beständig machen. Durch den Klang der sieben Posaunen wird eine große Anzahl an Menschen gerettet werden. Die vor mich zurückkehren, um vor mir zu knien und mich mit ständigem Lobpreis anzubeten. Wenn die sieben Posaunen abermals erklingen, wird es die Koda am Ende des Zeitalters sein. Der Posaunenstoß des Sieges über den Teufel Satan, der Salut, der den Beginn, offen im Königreich auf Erden zu leben, verkündet. Dieser so erhabene Klang, dieser Klang, der um den Thron Widerhalt, dieser Posaunenstoß, der Himmel und Erde erschüttert, ist das Zeichen für den Erfolg meines Führungsplans, der Satans Urteil ist. Er verurteilt diese ganze alte Welt zum Tode, um in den bodenlosen Abgrund zurückzukehren. Dieser Posaunenstoß bedeutet, dass das Tor der Gnade im Begriff ist, sich zu schließen. Dass das Leben des Königreichs auf Erden beginnen wird, was richtig und angemessen ist. Gott rettet jene, die ihn lieben. Sobald sie in sein Königreich zurückkehren, werden die Menschen auf Erden einer Hungersnot, einer Pest gegenüberstehen. Und Gottes sieben Schalen und sieben Plagen werden in Folge zum Tragen kommen. Himmel und Erde werden vergehen, jedoch nicht mein Wort. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!